Du bist erst 20 Jahre alt, ein großes Talent und spielst eigentlich in der Jugend von einem der größten Klubs der Welt. Manchester City durftest auch schon bei einer ersten Mannschaft dran. Jetzt wurdest du verliehen, nach Deutschland, in die zweite Liga zum HSV. Eigentlich um Spielpraxis auf Profi-Niveau zu sammeln, aber das tust du bislang eher weniger. Du standst noch kein einziges Mal in der Liga in der Startelf, wurdest fünfmal nur eingewechselt. Dabei konntest du fast jedes Mal überzeugen, warst meistens einer der auffälligsten und besten Spieler direkt auf dem Platz. Bei deinem ersten Einsatz zum Beispiel, da hast du das rettende 1 zu 1 vorbereitet, wenn auch etwas ungewollt, aber mit einer guten Aktion. Zwei Spiele später machst du das entscheidende 2 zu 1, nur wenige Minuten, nachdem du eingewechselt wurdest, mit einem richtig schönen Schuss. Du bist schnell, du bist dribbelstark, du hast eine gute Technik und einen guten Schuss. Aber trotzdem musst du weiterhin auf der Bank schmoren, musst weiterhin geduldig sein und auf deine Chancen hoffen. Aber du weißt es, wir wissen es und vielleicht weiß es auch bald dein Trainer Tim Walter. Du bist für mehr bestimmt. Du bist Tommy Doyle.